Die fünf Grundregeln Halte eine unheilsame Handlung nicht für unbedeutend, in der Meinung, was kann mir das schon schaden? Auch wenn das Wasser nur tröpfelt, so füllt es zuletzt doch den ganzen Krug. Ein Mensch sollte die Gefahren schlechten Handelns meiden, wie ein Kaufmann, der mit großen Reichtümern aber kleiner Eskorte reist, gefährliche Wege meidet, oder wie ein Mensch, der sein Leben liebt, das Trinken von Gift vermeidet. Einer, dessen Hand keine offene Wunde hat, wird auch keinen Schaden erleiden, wenn er Gift in der Hand hält, denn wo keine Wunde ist, kann kein Gift eindringen. Ebenso kann ein Mensch, in dem keine Bosheit ist, nicht von Bosheit verletzt werden. Jede Handlung, die wir ausführen, hinterlässt in unserem Geist einen Eindruck, und jeder dieser Eindrücke wird, sobald die geeigneten Umstände gegeben sind, seine entsprechenden Auswirkungen zeigen. Unser Geist lässt sich sehr gut mit einem Acker vergleichen und unsere Handlungen mit dem Aussäen von Samen. Heilsame Handlungen bereiten die Wurzeln für künftiges Glück, unheilsame Handlungen säen den Samen für künftiges Leid. Wasser, das ständig tropft, füllt schließlich die vier Meere. Staub, der nicht weggekehrt wird, türmt sich zu den fünf Bergen. Es gibt zwei Arten von Helden auf dieser Welt. Diejenigen, die keine Übertretungen begehen und diejenigen, die zur Umkehr fähig sind, wenn sie falsch gehandelt haben. Im Buddhismus ist das wichtigste Entscheidungsprinzip, dass man abschätzt, welche Wirkungen eine Handlung haben wird. Von dem Gesichtspunkt her, was wir mit einer Handlung erreichen können, müssen wir urteilen, was wir tun sollten und was nicht. Vor diesem Hintergrund können Handlungen, die in den Schriften über die Disziplin völlig untersagt sind, unter bestimmten Bedingungen nicht nur erlaubt, sondern sogar erforderlich sein, um Nutzen zu bewirken. Es ist wie in der Medizin, wenn unter veränderten Bedingungen sogar demselben Patienten eine andere Medizin verabreicht werden muss. Wenn man den Prozess der Reinigung des Geistes weiter vollzieht, muss man unter den verschiedenen Bedingungen oder auf den verschiedenen Stufen unterschiedliche Techniken anwenden. Alle Wesen zittern vor der Gefahr. Alle Wesen fürchten den Tod. Wer das Recht bedenkt, wird nicht töten oder andere dazu veranlassen, zu töten. Alle Wesen fürchten die Gefahr. Allen Wesen ist ihr Leben lieb. Wer das Recht bedenkt, wird nicht töten oder andere dazu veranlassen, zu töten. Wer um seines eigenen Glückes willen anderen Wesen, die auch nichts anderes suchen als Glück, kein Leid zufügt, wird Glück erlangen. Wie eine Biene, die Nektar einer Blume aufnimmt, ohne deren Schönheit und Wohlgeruch zu zerstören. Genau so sollte der Weise durch dieses Leben gehen. Westlich geprägte Kulturen haben jahrhundertelang wie selbstverständlich angenommen, dass die größte Herausforderung der Menschheit darin besteht, die Natur zu erobern und sich untertan zu machen. Die traditionelle östliche Einstellung könnte gegensätzlicher nicht sein. Sie sieht den Menschen als Teil der Natur, nicht als ihren Gegenspieler. Was wir heute brauchen, sind eine Philosophie und eine Religion, die diese ganzheitliche Sicht fördern. Eine Sicht, die nicht nur das Individuum einschließt, sondern den ganzen Kosmos. Der Buddhismus zielt auf die Schaffung einer Gesellschaft ab, die den zerstörerischen Kampf um Macht abgelegt hat. In der innere Ruhe und Frieden, die Oberhand über Sieg und Niederlage gewonnen haben, die der Verfolgung Unschuldiger abgeschworen hat. In der einer, der sich selbst bezwungen hat, mehr gilt als ein General oder Politiker, der mit militärischer bzw. wirtschaftlicher Gewalt Millionen in die Knie gezwungen hat. In der Hass mit Freundlichkeit und dem Bösen mit Gutem begegnet wird. In der Feindseligkeit, Neid, Übelwollen und Gier keinen schädlichen Einfluss mehr haben auf den menschlichen Geist. In der Mitgefühl der Motor jeder Handlung ist. In der selbst dem geringsten aller Lebewesen mit Gerechtigkeit, Rücksicht und Liebe begegnet wird. In der sich das Leben in Frieden und Harmonie frei von matigellen Sorgen auf sein höchstes und edelstes Ziel hin entwickeln kann. Die Erkenntnis der höchsten Wahrheit. Das Nirvana. Wer seine Lampe mit Wasser füllt, wird die Dunkelheit nicht vertreiben. Und wer mit faulem Holz Feuer machen will, wird keine Glut entfachen. Und wie könnte sich jemand von der Illusion des Selbst befreien, wenn er ein verkehrtes Leben führt? Wenn er das Feuer der Begierden nicht löschen kann? Wenn er nach weltlichen oder transzendenten Freuden heftiges Verlangen hegt? Derjenige jedoch, in dem die Illusion des Selbst erloschen ist, ist frei vom Verlangen nach Lust. Es verlangt ihn weder nach weltlichen noch nach transzendenten Freuden. Und die Erfüllung seiner natürlichen Bedürfnisse wird ihm nicht zur Ursache geistiger Täuschung. Maßvoll wird er sein, nur den Bedürfnissen seines Körpers entsprechend essen und trinken. Das Schwelgen in Sinnesgenüssen entkräftet Geist und Körper. Der Maßlose ist das Opfer seiner Begierden. Die endlose Jagd nach Vergnügungen erniedrigt ihn und macht ihn abstoßend. Es liegt jedoch nichts Schlechtes darin, lebenswichtige Bedürfnisse zu befriedigen. Es ist unsere Pflicht, die Gesundheit unseres Körpers zu erhalten. Andernfalls sind wir nicht in der Lage, das Licht der Weisheit immer heller scheinen zu lassen und eine starke und klare Geistesverfassung zu bewahren. Das Wasser umgibt den Lotus von allen Seiten. Doch benetzt es seine Blätter nicht. Solange wir die Dinge nicht untersuchen, hegen wir ganz natürlich die Ansicht, dass wir einen Körper haben, der seine eigene unabhängige Existenz besitzt. Wir haben das Gefühl, dass wir diesen von sich aus existierenden Körper sehen oder darauf deuten können. Nun ist es aber so, dass wir immer, wenn wir diesen Körper betrachten oder auf ihn deuten, lediglich auf bestimmte Teile dieses Körpers zeigen. Diesen Punkt sollen wir sorgfältig untersuchen. Wenn wir sagen, ich sehe meinen Körper, was sehen wir dann tatsächlich? Wir sehen nur bestimmte Teile unseres Körpers, Arme, Beine und so weiter. Wenn wir also unseren Körper betrachten, dann ist alles, was wir sehen, ein Teil unseres Körpers. Was aber Teil unseres Körpers ist, kann nun notwendigerweise nicht der Körper selbst sein. Unser Körper erscheint unserem Geist ganz deutlich und scheint aus sich selbst heraus zu bestehen. Untersuchen wir die Dinge jedoch genauer, werden wir so etwas wie unseren Körper nicht finden und feststellen, dass der Körper keine eigene Existenz besitzt, sondern nur ein Konstrukt unseres Geistes ist. Solange wir glauben, dass unser Körper seine eigene inhärente Existenz besitzt, wird er eine Quelle von Angst und Schmerz sein. Erkennen wir jedoch, dass der Körper lediglich ein geistiges Konstrukt ist, werden alle Ängste und der gleichen Empfindungen nachlassen und mit der Zeit sogar ganz verschwinden. Unser Bewusstsein eines Selbst bildet das Fundament, auf das wir unsere Weltsicht stützen. Wir nehmen das Universum als zweigeteilt wahr, Selbstheit und Anderheit, Innen und Außen. Diese Teilung hat ihre Wurzel darin, dass wir von der Existenz eines Selbst ausgehen. Dieses Bewusstsein wird zur Ursache weiterer Dualismen, der Gegensatz Körper-Geist zum Beispiel, der Gegensatz materiell-spirituell oder der Gegensatz Mensch-Natur. Dieses dualistische Denken war die Grundlage für die Entwicklung unserer modernen Zivilisation, gleichzeitig ist es aber auch die Wurzel vieler ihrer gegenwärtigen Krisen. Der Buddhismus zeigt Wege zur Lösung dieser Krisen auf, indem er uns darauf hinweist, dass unser Leben nicht auf unser Selbst begrenzt ist, sondern auch unsere Mitmenschen, die Welt und sogar das ganze Universum umfasst.